Am 12. April 2014, wurde der neue James Bond Club Deutschland in Frankfurt am Main offiziell gegründet. In einem mehrstündigen Meeting, wurden gemeinsam die Ziele, Richtlinien, Events, Web-Präsenz, sowie die offizielle Satzung thematisiert. Zu guter Letzt, wurde der Vorstand einstimmig gewählt. So wird unter anderem Andreas Pott als Präsident des Clubs agieren, Wolfgang Thür auf als Vizepräsident. Alle 15 teilnehmenden Mitglieder bestätigten mit ihrer Unterschrift unter die Satzung die Gründung des Clubs. Der Verein dient der Vereinigung von Freunden der James Bond Filme und Romane, der Pflege gesellschaftlicher Beziehungen, Organisation von Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Thema James Bond, sowie der Förderung und Pflege all dessen, was mit dem Thema James Bond zu tun hat. Es folgten Fotos der ganzen Gruppe, und die Verlegung des Events zum gemütlichen Teil des Abends, ins sprichwörtlich naheliegende, Flemings Hotel, wo bereits andere James Bond Fans warteten. Gemeinsam mit deutschen und internationalen Bond Fans, freut sich der James Bond Club Deutschland e.V. nun auf viele spannende Jahre. Musik